Nachdenkseiten Die kritische Website Staatswohl überwiegt Bundesregierung will Erkenntnisse zum israelischen Angriff auf Rafah um jeden Preis geheim halten Von Florian Warwick Am 26. Mai bombardierte die israelische Luftwaffe das Flüchtlingslager Bar Kassad in der im Süden Gazas gelegenen Stadt Rafah. Dabei wurden mindestens 45 Personen, darunter zahlreiche Kinder und Frauen, getötet und mehrere Hundert zum Teil schwer verletzt. Regierungssprecher Hebes Streit schloss einen Tag später auf der Bundespressekonferenz einen gezielten Angriff aus und erklärte, die Bombardierung sei auf einen Fehler zurückzuführen. Der BSW-Bundestagsabgeordnete André Hunko wollte infolge von der Bundesregierung wissen, auf welchen konkreten Erkenntnissen die Aussage des Sprechers von Kanzler Olaf Scholz beruhe. Die Antwort liegt den Nachdenkseiten vor und wirft zahlreiche Fragen auf. Denn statt einer Antwort auf die konkrete Frage zu liefern, wird seitenlang erläutert, wieso eine Beantwortung auch nicht in eingestufter Form erfolgen könne, da diese das Staatswohl und das Geheimhaltungsinteresse der Bundesrepublik Deutschland gefährden würde. Zitat Doch stattdessen wird in dem Schreiben der Bundesregierung, abgesehen von einem lapidaren, Satz, dass der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu von einem tragischen Fehler gesprochen habe, auf sage und schreibe drei DIN A4 Seiten begründet, wieso die Bundesregierung auch nicht in eingestufter Form einen Großteil der Frage von Hunko, der als Bundestagsabgeordneter über ein verfassungsrechtlich besonders geschütztes Fragerecht verfügt, beantworten kann. Denn die Beantwortung der Frage betreffe angeblich solche Informationen, die in besonders hohem Maße das Staatswohl berühren. Das verfassungsrechtlich verbürgte Frage- und Informationsrecht des Deutschen Bundestages gegenüber der Bundesregierung findet seine Grenzen in den gleichfalls verfassungsrang genießenden schutzwürdigen Interessen des Staatswohls. Weiter heißt es, in dem vom Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Thomas Bagger, im Namen der Bundesregierung gezeichneten Dokuments, dass eine Offenlegung der angefragten Informationen die Gefahr berge, dass Einzelheiten zur konkreten Methodik und zu in hohem Maße schutzwürdigenden spezifischen Fähigkeiten des Bundesnachrichtendienstes bekannt würden. Infolgedessen könnten sowohl staatliche als auch nicht staatliche Akteure Rückschlüsse auf spezifische Vorgehensweisen und Fähigkeiten des BND ziehen. Darauf aufbauend behauptet die Ampelregierung dann, dass eine Offenlegung der angeforderten Informationen und Auskünfte dazu führen würde, dass Einzelheiten bekannt würden, die unter dem Aspekt des Schutzes der nachrichtendienstlichen Zusammenarbeit mit ausländischen Partnern besonders schutzbedürftig sind. Und eine solche Bekanntgabe von Informationen zu Einzelheiten der Kontakthaltung zu bestimmten ausländischen Partnerdiensten sowie zu deren Leistungsfähigkeit und Ausrichtung hätte erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die vertrauensvolle Zusammenarbeit des BND mit ausländischen Nachrichtendiensten. Eine Bekanntgabe dieser Informationen, so die weitere Argumentation der Bundesregierung, würde auch gegenüber einem begrenzten Kreis von Empfängern wie Bundestagsabgeordneten dem Schutzbedürfnis des deutschen Auslandsgeheimdienstes nicht Rechnung tragen, da bei einem Bekanntwerden der schutzbedürftigen Informationen kein Ersatz durch andere Instrumente der Informationsgewinnung möglich wäre. Die Bundesregierung schließt mit den Worten, Aus dem Vorgesagten ergibt sich, dass die erbetenen Informationen derart schutzbedürftige Geheimhaltungsinteressen berühren, dass das Staatswohl gegenüber dem parlamentarischen Informationsrecht wesentlich überwiegt. Insofern muss ausnahmsweise das Fragerecht der Abgeordneten gegenüber dem Geheimhaltungsinteresse der Bundesregierung zurückstehen. Es stellt sich nun unmittelbar die Frage, über welche Art von Erkenntnissen zum israelischen Angriff auf Rafah die Bundesregierung verfügen muss, wenn sie eine Antwort selbst an gewählte Vertreter der Legislative fast vollumfänglich unter Verweis auf Gefährdung des Staatswohls verweigert. Um sich besser den absoluten Ausnahmekarakter dieser fast kompletten Antwortverweigerung der Bundesregierung bewusst zu machen, ist es nötig, sich mit der sogenannten Geheimschutzordnung des Deutschen Bundestages vertraut zu machen. Diese regelt den Zugang von Bundestagsabgeordneten für jede Art von Informationen, die als Verschlusssache VS gewertet werden. Als VS gelten alle Angelegenheiten, die durch besondere Sicherheitsmaßnahmen gegen die Kenntnis durch Unbefugte geschützt werden müssen. In diesem Rahmen definiert die Geheimschutzordnung vier Geheimhaltungsstufen in absteigender Relevanz. Erstens, als streng geheim eingestuft werden Verschlusssachen, deren Kenntnis durch Unbefugte den Bestand der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder gefährden würde. Zweitens, als geheim eingestuft werden Verschlusssachen, deren Kenntnis durch Unbefugte die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder gefährden, ihren Interessen oder ihrem Ansehen schweren Schaden zufügen oder für einen fremden Staat von großem Vorteil sein würden. Drittens, als Verschlusssache vertraulich eingestuft werden Verschlusssachen, deren Kenntnis durch Unbefugte den Interessen und dem Ansehen der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder abträglich oder für einen fremden Staat von Vorteil sein könnte. Und viertens, Verschlusssachen, die nicht unter die Geheimhaltungsgrade streng geheim, geheim oder Verschlusssache vertraulich fallen, aber nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, erhalten den Geheimhaltungsgrad Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch. Selbst zu den zwei höchsten Geheimhaltungsstufen streng geheim und geheim haben Bundestagsabgeordnete normalerweise Zugang, wenn auch nur in den Räumen der Geheimregistratur. Zitat Zitat Ende Doch wie dargelegt wertet die Bundesregierung ihre Erkenntnisse zu dem Angriff auf RAFA sogar höher als die maximal existierende Geheimhaltungsstufe streng geheim, die wohlgemerkt definiert wird als Deren Kenntnis durch Unbefugte den Bestand der Bundesrepublik Deutschland gefährden würde. Es ist schwer vorstellbar, dass die der Bundesregierung vorliegenden Informationen zu RAFA tatsächlich das Potenzial haben, diese Definition zu erfüllen. Das führt zu der Frage, was die Bundesregierung motiviert, so schweres argumentatives Geschütz aufzufahren. In einem wegweisenden Urteilspruch des Bundesverfassungsgerichts von 2014 zum Antwortverhalten der Bundesregierung gegenüber Bundestagsabgeordneten, erstritten von den damals noch in der Opposition sitzenden Grünen, heißt es unmissverständlich. Die Antworten der Bundesregierung auf schriftliche Anfragen und auf Fragen in der Fragestunde des Deutschen Bundestages sollen dazu dienen, dem Bundestag und den einzelnen Abgeordneten die für ihre Tätigkeit nötigen Informationen auf rasche und zuverlässige Weise zu verschaffen. Die Bundesregierung schafft mit ihren Antworten auf parlamentarische Anfragen so die Voraussetzungen für eine sachgerechte Arbeit innerhalb des Parlaments. Zitat Ende. Unter Verweis auf Artikel 38 Absatz 1 Satz 2 und Artikel 20 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes hatte das Bundesverfassungsgericht am 1. Juli 2009 zudem nochmals festgehalten, dass es nach ständiger Rechtsprechung ein Frage- und Informationsrecht der Abgeordneten gibt, mit welchem eine Antwortpflicht der Bundesregierung einhergeht. Es steht folglich die Frage im Raum, ob sich die Bundesregierung angesichts der geschilderten Antwortverweigerung noch auf dem Boden des Grundgesetzes und der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts bewegt. Die einzige konkrete Antwort ist mutmaßlich gelogen. Zitat. Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu sprach mit Blick auf die Konsequenzen von einem tragischen Fehler. Zitat Ende. Das ist, wie geschildert, auf den ganzen vier Seiten der einzige konkrete Satz zu der mutmaßlichen Informationsquelle von Regierungssprecher Hebelstreit hinsichtlich seiner Aussage, dass der Angriff der israelischen Armee auf Rafah kein gezielter Angriff war, sondern auf einen Fehler zurückzuführen sei. Wenn dies als Antwort auf die Frage nach den konkreten Erkenntnissen, die der Aussage des Regierungssprechers zugrunde lagen, gelten soll, dann stellt sich die Frage, wie der Regierungssprecher am 27. Mai um 11.30 Uhr deutscher Zeit, Beginn der Bundespressekonferenz, von einer Aussage des israelischen Premiers wissen konnte, die dieser, nach allen verfügbaren Informationen, am selben Tag erstmals bei einer Debatte in der Knesset, die um 15 Uhr deutscher Zeit begann, getätigt hatte. Davon abgesehen erscheint es auch grundsätzlich problematisch, dass sich ein deutscher Regierungssprecher ungeprüft die Aussage des Regierungschefs einer Kriegspartei zu eigen macht. Diesen Kritikpunkt sieht auch der Initiator der Anfrage an die Bundesregierung, der BSW-Abgeordnete André Hunko. Auf Nachfrage, wie er die Antwort der Bundesregierung bewertet, erklärte er gegenüber den Nachdenkseiten, Die Antwort der Bundesregierung zeigt, dass sie sich blind auf die Aussagen der israelischen Regierung verlässt. Selbst im Zusammenhang mit dem folgenschweren Luftangriff des israelischen Militärs auf Rafa Ende Mai, der zu einer großen Anzahl Getöteter und Verletzter führte, äußert die Bundesregierung keinerlei Kritik. Während die Bundesregierung gegenüber der Öffentlichkeit und dem Bundestag keine Auskunft erteilt, legt sich der Regierungssprecher Stunden nach dem folgenschweren Angriff des israelischen Militärs mit einer Vielzahl Toter und Verletzter fest und spricht, offensichtlich ohne jede Grundlage, von einem Fehler. Die Bundesregierung kopiert ihre Statements scheinbar direkt vom israelischen Ministerpräsidenten. Zitat Ende. Die gesamte Antwort der Bundesregierung finden Sie eingefügt in den Artikel. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören. Und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.